hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin dafür auf die hat nach dem ticket und heute haben wir das spiel aura kingdom 2 ich werde mal vollbild machen perfekt ich meine auch kingdom 2 habe ich noch nicht gespielt ich habe nur aura kingdom 1 gespielt meine ich ich kann mich dabei auch irren jetzt egal weil das mache ich ja auch gerne ich bin auf immer mal gespannt ich weiß doch gar nicht mehr was aura kingdom 1 war das war glaube ich so ein teil da bist du mit der figur lang gelaufen und hast halt gekämpft aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht das werden wir jetzt gleich sehen was da noch so passiert wenn er endlich hier zu ende geladen hat obwohl das ja gleich fertig 100 prozent ich mache einen kleinen cut da bin ich wieder folgendes problem habe ich hier bei aura kingdom 2 er wird jetzt klar durchladen wenn er hinter angekommen ist wird er beenden das mache ich jetzt schon seit über zehn minuten ich probiere es irgendwie ganz zum starten zu bringen aber das klappe ich das klappe ich nicht das schaffe ich nicht deswegen würde ich sagen meine quest hier schon fertig und dadurch dass ich halt immer wieder hochladen probiere das zum starten zu bringen ja dadurch ist halt die quest fertig was ich immer wieder probiert habe hoch zusammen zum starten bringen hat nicht geklappt also ist das mal wieder ein feld video mal wieder ich glaube schon das dritte oder vierte keine ahnung auch schon ein paar wo das spiel nicht ging gut dann danke fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du beim nächstes mal wieder dabei seid bis dahin wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen